Ey, ich hab schon 7 Stück gegessen, ich hab echt keine Lust mehr. Und du hast 5 gegessen, ich hab keinen Bock mehr. Das ist so eklig. Der *** Boxer Day. Sicher dir jetzt die letzten Tickets. Und was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, und heute gibt es wie immer eine Folge. Okay. Brauchstas. Was geht? Das kommt jetzt einfach hier früh. Ja Leute, heute haben wir was richtig krasses vor. Und zwar, ihr seht gerade schon erst mit seinem Kinderpinguin in der Runde drin. Oder beziehungsweise in der Lobby. Leute, heute machen wir das so. Pro Kill muss ich ein Kinderpinguin essen. Ist das mal richtig so ausgesprochen? Ja. Leute, ich hab hier. Ich kann euch das mal zeigen. Eine Packung. Zwei Packungen. Drei Packungen. Vier Packungen. Fünf Packungen. Ich hab nur zwei. Ihr seht gerade selber. Ja Leute, wir haben bei dem Pukki auch schon eine Folge gedreht. Die kommt um 15.15 Uhr online. Checkt ihr unbedingt ab. Es ist zu krass geworden. Oh mein Gott. Ist auch so lustig. Ich sag's euch ganz ehrlich. Mir ist kotzübel nach der Aufnahme gewesen. Es war sehr, sehr lustig. Also Leute, checkt ihr unbedingt ab. Und ja, ich würde sagen, ich leg mir die hier schon mal zurecht bereit. Oh, ich hab hier eigentlich auch umgehn. Ich hab gar nicht umgehn. Ich hab auf Ehrenbruder Basis bei dir nach Folge auch welche gegessen. Ja, das wird aber bei dir nicht passieren. Tut mir leid. Leute, guck mal, der ist auch gerade am Essen. Da kann er bei mir in der Folge ruhig auch einen essen. Junge, ich hab Brot gegessen. Weil, ne, egal. Naja, jetzt ist lustig für mich. Dafür bin ich jetzt schon erlöst. Okay. Ready? Let's go. Mach ready. Fuck. Okay, er hat Genie genommen. Das ist eine schlaue Variante. Oh mein Gott. By the way, ich esse maximal so viel, wie du gegessen hast. Ich verstehe dich nicht. Bei mir leckt's wieder total, Junge. Ich hasse mein Internet, ne? Gut, das ist bei dir leckt. Let's go. Bei einem Kick. Egal, wer den macht, musst du essen, ne? Hä? Das ist ja voll der Beschiss. Was? Das haben wir mir doch auch so gesagt. Junge, ich hab, du hast, dann haben wir drei Kids in einer Folge gemacht. Zum Schluss. Du hast beschissen. Nein. Doch. Ja. Junge, guck dir doch mein Video an, da hab ich's erklärt am Anfang. Ja, da hast du beschissen. Ne, ne, lüg jetzt nicht, lüg nicht. Dann spiel ich extra Scheiße. Ja, okay. Ich hab eh nix zu verlieren. Doch. Ne, ist ja nicht mein tausender Vieh jetzt. Ja, aber du willst ja sehen, wie ich essen muss. Irgendwie willst du mich verarschen? Was ist denn? Du bist so ein Lappen, Alter, ganz ehrlich. Warte mal, da waren auch welche im Bosch drin. Scheiße. Äh, Lappen, Alter. Ja! Nein. Rein damit, rein damit. Nein. Rein damit, weiss. Bruder, bist du schon fleißig am Essen? Ach, scheiße, ich muss es ja machen. Fuck, ich tue das Sack. Ich hab dein Leben gesaved, du lebst noch. Ich hab da voll vergessen. Du hast mich beschissen, hast du mich? Nein, ich hab dich nicht beschissen, David. Ich hab das da, äh, erklärt von mir. Egal, wer den Kill macht. Zwei Kills gemacht, du hast den Schluss. Wenn du oder ich den Kill macht. Und du hast angemacht. Ja. Ach so, ja. Da musste ich dann beenden. Da ging's nicht mehr. Aha! Oh, ich beschissen. Tja, weiter geht's. Boah, das ist echt eckling. Boah, das ist ja richtig abartig. Ja, ja, ja. Also ich dachte auch, das ist echt geil. Aber ey, wenn man davon viele isst, Junge. Boah. Vorbei, Digga. Geh, mach mal die Kiste kaputt. Junge, du bist so ein Lappen, ne? Wenn du dich jetzt töten... Was bist du für ein Lappen, Alter? Junge, ich kann nicht mehr essen. Ich bin kaputt. Du darfst keinen töten. Du musst getötet werden. Boah, ist so ekelig. Ey, ich hab drei Stück schon davon gegessen. Was? Ja, bei dir zwei. Ups. Ach so. Ne, bei dir einen. Und jetzt bei mir zwei. Leute, ihr tötet den Porky. Ich hab keinen Bock zu essen. Leute, ein Like für ein Mitleid. Nein! Ja, ja, komm. Ja! Okay, ich erst mal. Gar nicht gut. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Ich hab noch einen Kill. Der Dynamike, den hab ich auch noch getötet. Spanien. Oder doch? Minus 8. Schöne? Nein. Minus 8 hab ich gemacht, Junge. Ich hasse dich, ne? Ey. Mir ist kotzübel, Alter. Immer noch von meiner Folge. Boah, Junge. Junge, du kannst jetzt bei der letzten... Du kannst jetzt mal hier einen mitessen. Ne. Da bin ich raus. Ich hab schon vier Stück gegessen. Bruder. Das geht nicht. Du musst es wissen. Das geht nicht. Ne, ich helfe dir nicht mehr. Ich streng dich mal ein bisschen an. Na, dann sammle ich den Eimicht an. Willst du mich verarschen? Als Hauptsache... Junge, du bist so ein Lappen, ne? Du bist so ein Lappen, Alter. Wie du einfach nur darauf spielst, dass wir keine Kills machen. Aber du weißt, wenn wir keine Kills machen... Wie war noch mal die Regel? Ähm, Leute, habt ihr irgendwie die Regel gehört? Ich gehe nicht. Ja, genau. Hauptsache in meinem Video hast du darauf bestanden. Du hast dich gegessen zum Schluss bei mir. Du hörst dich nicht an die Regeln. Naja, die Regel ist auf jeden Fall, wenn kein Kill ist und kein... Also, wenn kein Kill ist und wenn man Minus macht, dann gibt es zwei Kinderpinguin zu essen. Nach der Wunde. Ja, ja. Ja. Okay. Bruder, du tust du so leid. Wie viel da ist das jetzt? Ich glaube, der Pfund. Boah. Echt nicht geil. Hast du wahrscheinlich selber schon bemerkt mittlerweile. Ich bin tot. Junge, du. Ich bin... Du gehst die ganze Zeit drauf, Alter. Oh, Gott. Ja, nächster! Boah, das ist ja. Bruder. Nächster! Okay, ich bin... Ich bin fair. Ich... Da ich nicht weiß, ob die Zone in diesem Schluss eigentlich getötet hat oder ich, aber im Kill-Bestand Pukki, würde ich sagen, lassen wir den jetzt nicht zählen. Ich bin tot. So, da geht's dir gut? Das ist doch ekelig. Ey, ich hab schon sieben Stück gegessen. Ich hab echt keine Lust mehr. Und du hast fünf gegessen. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist so ekelig. Oh, Mann. Komm, wollen wir noch eine Runde machen oder... Äh... Bist du zufrieden? Ich kann das nicht essen. Das ist so ekelig. Ich hab auch einen Runde gemacht. Boah. Weißt du, was Ding ist, Leute? In meiner Folge, ich hab es jetzt alle gegessen. Fuki hat nach fünf schon abgebrochen. Bruder. Das ging einfach nicht mehr. Was soll ich machen? Das ging nicht mehr. Ich hab sieben Stückchen gegessen. Junge, ich weiß nicht, was du für einen Magen hast. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Komm, der gibt's noch eine letzte Runde. Ne, ne. Das machen wir nicht. Doch, komm, du nimmst die jetzt. Für die Watchtile. Ne, ich kann dir nicht unter 1000 jobben. Ja, okay, ich streb mich auch an. Ich nehm den Genie. Pass auf, ich nehm den hier. Ne, 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 ne. Los, komm. Puck. Nein, Digga, das geht wirklich nicht. Du hast ihn in der Vollstunde nicht gegessen. Ich hab immer verloren mit dir. Ich nehm zwei Tische. Ne, ich streb mich jetzt an. Der ist auf 800. Toll, nicht rum. Du bist ein Bastard. Ich schweige, dass es die letzte Runde wir machen. Ey, erst mal sieben Kinderpinken. Da wisst ihr, was ich meine. Oder lasst es lieber sein. Ja, also Empfehlung von mir. Lasst es sein. Macht es erst gar nicht. Es ist echt nicht geil. Junge, ich fühl mich so ungesund, Alter. Alter, die Fresse. Was soll ich denn sagen, Junge? Ich kotze halt. Warte, ich nehm den mit. Ah, ja. Komm, jetzt lass mal auf Reel spielen. Gibt's sogar als Ausnahmeregelung. Du musst nur jeden zweiten Kill einessen. Okay. Und wenn ich einen Kill mache, musst du einessen. Nein. Doch. Nein, du kannst nicht einfach die Regeln. Komm, was machen wir jetzt. Nein, nein, du kannst die Regeln nicht machen. Du hast kein Ehrenmann, bist du, Lukas. Das hat nix mit Ehrenmann zu tun. Du änderst bei dir auch in deiner Folge die Regel. Leute, guckt euch das unbedingt an. Junge, ich hab die nicht geändert. Du hast einfach aufgehört zu essen. Ja, weil ich nicht mehr konnte. Was soll ich denn machen? Es gibt immer eine zweite Möglichkeit. Ich hab keinen Bock mehr, Marvin, ey. Digga, minus 9. Ich war nur minus mit dir, Digga. Leute, ich esse noch einen. Junge, ich hab locker minus 30 gemacht oder so mit dir. Ich kann sie fast mit auch essen, Alter. Ich war in der Spreue. Erreicht das? Nee, ich kann nicht mehr essen. Es geht nicht mehr. Ich schluss euch. Mir ist schlecht. Ich glaub's dir. Ich mach auf, Leute. Ich mach auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017